Willkommen zu unserer Videoreihe der Rehabilitationspädagogik. Dieses Mal mit einem Erklärvideo aus dem Berufsfeld Beratung. Personen zu beraten spielt in fast jedem Berufsfeld eine Rolle, in dem RehabilitationspädagogInnen arbeiten können. Dementsprechend divers können auch die Themen und Ziele von Beratungssituationen sein. Die Stärkung von Selbstwirksamkeit oder die Bewältigung einer Familienkrise kann genauso Gegenstand einer Beratung sein, wie die Unterstützung bei der Anschaffung von technischen Hilfsmitteln oder die Sicherung von finanzieller Grundversorgung. Im Berufsfeld Beratung arbeitet man mit vielen verschiedenen Kommunikationsstrategien und orientiert sich dabei an unterschiedlichen Beratungsansätzen. Wir stellen euch jetzt drei besonders häufig vertretene Beratungsansätze kurz vor. Die klientenzentrierte Beratung, die verhaltens- oder lösungsorientierte Beratung und die systemische Beratung. Die klientenzentrierte Beratung beruht auf den Erkenntnissen von Carl Rogers. Das Ziel der klientenzentrierten Beratung ist es nicht, Lösungen zu finden oder gar vorzugeben. Stattdessen sollen die KlientInnen durch die Beratung dazu ermutigt werden, Entscheidungen und Alternativen zur Problembewältigung bewusst und eigenverantwortlich zu erarbeiten. Die klientenzentrierte Beratung ist daher weniger ein Frage-Antwort-Spiel. Im Fokus steht stattdessen eher ein empathisches Verstehen und Zuhören sowie das Thematisieren der Gefühlswelt der KlientInnen. Bei der verhaltens- oder lösungsorientierten Beratung wird der Fokus aktiv weg von Ursachen von Problemen hin auf die Ressourcen der KlientInnen zur Bewältigung dieser gelenkt. Ein Mitbegründer dieses Ansatzes ist Milton Erickson. Gemeinsam mit den KlientInnen werden konkrete Verhaltensstrategien und Umsetzungspläne erarbeitet. Die systemische Beratung betrachtet Personen immer in einem Netz aus Beziehungen und folgt damit der Systemtheorie nach Luhmann. Dementsprechend werden in Beratungsgesprächen über die ratsuchende Person hinaus auch immer weitere Personen mit einbezogen, die für ein spezifisches Problem eine Rolle spielen. Eine wichtige Strategie bei der systemischen Beratung ist der Perspektivwechsel. Dieser soll den KlientInnen dabei helfen, ihren eigenen Blickwinkel zu erweitern und somit zu einer Lösung des Problems zu gelangen. Vielleicht kommen dir die Ideen dieser Beratungsansätze bekannt vor. Die Grundannahmen und Methoden finden sich mittlerweile in vielen sozialen Berufsfeldern wieder. Mehr über verschiedene Beratungsansätze und auch konkrete Kommunikationsstrategien lernst du im Studium. Bis dahin kannst du aber auch gerne schon einmal in unsere Infobox für weiterführende Informationen schauen.